Hans Werres Wollte man den Begriff Monolith, ein menschliches Antlitz geben, würde man bei Hans Werres landen. Ein wahrer Fels in der Brandung der deutschen Radiolandschaft. Es gab keinen zweiten wie ihn. Der Chef der Unterhaltungsabteilung im HR Hörfunk hatte viel von einer sehr alten, sehr großen, sehr klugen Landschildkröte. Ähnlich bewegte er sich, ähnlich geduldig war er im Umgang mit seinen Untergebenen. Er hatte schon alles gesehen, alles gehört, alles moderiert. Keiner konnte ihm irgendetwas vormachen. Wenn er sprach, war es das sanfte Grollen eines nahenden Erdbebens. Während seiner Moderationen, die er wohl akzentuiert auf einem tiefen Bass-Ostinato grummte, schwiegen Mensch und Tier. Werres hatte es faustdick hinter den Ohren. Er war ein unglaublicher Schelm. Hinter all seiner großväterlichen Seriosität lauerten Witz, Spott, Ironie und immer auch tiefere Bedeutung. In seiner Sendung »Frankfurter Schlagerbörse« konnte es vorkommen, dass er am offenen Mikrofon Schallplatten mit lautem Kraxen zerbrach, weil er Interpret und Musik furchtbar fand. Das entsprechende Werk, oft traf es die neueste Scheibe von Roy Black, übergab er so dann live mit ironisch überspitztem Grusel dem Abfallkorb. Einmal brachte er einen Hund ins Studio mit, der auf Kommando heulen konnte. Roy Black begann zu singen, Werres gab dem Techniker ein Zeichen, das Studiomikrofon zu öffnen, und der Hund heulte los. In der Absage des Roy Black-Schlagers behauptete er dann, das Heulen wäre nicht im Studio gewesen, sondern irgendwo in der Nachbarschaft. Wen Hans Werres aber in sein Herz geschlossen hatte, der wurde rauf und runter gesendet. So bewarb er die Band »The Petards«, die Knallfrösche aus dem hessischen Schrecksbach, die daraufhin in den Hitparaden tatsächlich eine Nummer eins landeten. Werres besaß die entsprechende Nase und lobte die Buben über den grünen Klee. Die Petards produzierten eben nicht nur Rumpelbeat und heile Welt, sondern bereicherten mit durchaus avantgardistischen Elementen die Musikszene. Man stelle sich das einschläfernd süßliche Schlagergedudel der End-60er im HR und auf den meisten anderen deutschen Wellen vor und setze eine innovative Rockband dagegen. Chili-Schote gegen Schlager-Sahne. Für solche Kontraste war der im Grunde seines Herzens anarchische Werres immer zu haben, wobei seine heimliche Liebe jedoch dem Big-Band-Swing galt. Am Ende seiner Sendungen verabschiedete er sich grundsätzlich mit dem etwas absurden Setzlein »Und wenn Sie Freizeit haben, dann hüpfen Sie«. Radioexegeten grübeln noch heute darüber nach, was er eigentlich damit meinte. Auf jeden Fall hüpfte auch Werres, und zwar in der Hierarchie. Der Boss der Hörfunkunterhaltung stieg gegen Ende seines Berufslebens auf zum Direktor der HR-Werbung. Gelegentlich aber setzte er sich noch selbst ans Mikrofon und präsentierte Platten aus der Tiefkühltruhe. Meine zweite direkte Begegnung mit Hans Werres verdankte ich einer wahrlich unverschämten Moderation. Wir schrieben das Jahr 1986. Schlagworte wie Glasnost und Perestroika dominierten die Nachrichtenlage und infizierten die Menschen rund um den Globus. Die bipolare Welt war im Schwinden, die Blöcke West und Ost näherten sich langsam an. In einer meiner Unterhaltungssendungen wagte ich die These, dass Raisa Gorbatschowa die einzige First Lady des Ostblocks sei, die sich nicht mit Hammer und Sichel frisiert. Ich fand das witzig und gelungen, das finde ich übrigens heute noch. Werres zitierte mich in sein Büro. Das vertraute Baskebrum. Jürgen, ich habe dich rufen lassen, um dich zu warnen. Deine Bemerkung über die Frisur der Gattin des Generalsekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion könnte durchaus zu diplomatischen Verwicklungen führen. Manche Botschaften des Ostblocks sind rasch dabei, solche Witzeleien telefonisch zu monieren. Dann müsste ich dich für einige Zeit aus der Moderation nehmen. Nun, keine Angst, das wird nicht passieren, aber es könnte. Übrigens, ich habe mich sehr amüsiert, wenn auch weit unter meinem Niveau. Der Meister hatte in typischer Weise gesprochen, mich ermahnt und dann mit einem klitzekleinen Schlenker signalisiert, dass er meine Witzelei durchaus gelungen fand. Ich verließ das Büro getadelt und gestärkt zugleich. Wo sind sie nur geblieben, diese Chefs im deutschen Radio, die aus einer unendlichen Souveränität heraus glaubwürdig ermahnen, ohne gleich zu sanktionieren, die hinter ihren Mitarbeitern stehen, sie Decken in Schutz nehmen und ihnen zugleich ihren weiteren Weg im Mediengeschäft nicht verbauen. Gibt es sie noch, die Damen und Herren der Leitungsebene, die die Untergebenen fördern, in ihrer Karriere begleiten und ihnen den Blick aufs Offene gewähren? Hans Berres war ein solcher Chef, mit allem Drum und Dran. Eine große, alte, kluge, ehrfurchtgebietende Landschildkröte. Eine große, alte, kluge, ehrfurchtgebietende Landschildkröte.